Ja, Edwurz? Edwurz? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Finch! Finch! Bring uns hier weg! Fisch ist tot! Leicht sich zusammen, Junge! Bring uns zum Laufen! Okay. Edwurz, reparier Sie und komm wieder rein! Bin ich jetzt fertig? Ich denke, ich hab mir schon wieder rein hier. Let's go! Bye! Schneller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchie tot! McManish, reiß dich zusammen! Bring uns zu dem Dorf, Fahrer! Dort sitzt die Artillerie! Okay, ich bin auf dem Weg. Wow, war schon wieder so'n Ding! Das ist das Ding! Ich hab's grad nicht gesehen. Warte mal, ach, da steht noch so'n Ding! Geschafft! Okay, merkwürdig! Schnauze! Äh, dankeschön! Was denn für'n Geschirr? Was denn für'n Geschirr? So, jetzt ganz kurz, äh, warte mal, ganz kurz ne Sekunde! Er hat sechs Leben verloren, Leute! Ein Need Healing, ein Need Healing! So, weiter geht's! Gut gemacht, Junge! Ich hab' das Gefühl, ich hab' gleich noch'n Panzer! Nur so'n Gefühl! Wow! Da ist ein Feld geschützt! Wirklich, der schießt auf uns? Ich hab' mir so'n Frage, warum schießen die auf uns mit Gewehren? Ich mein', das ist doch sowas von Hohl, oder nicht? Oh mein'... Ich mein', nerven können sie ja, aber... Wer zählt da draus? Erledigt! Weg hier! Sehr gut, Jungs! Weiter! Jetzt noch weiter? Ich dachte, das wär's jetzt gewesen! Störle-Final-Adrilli! Noch mehr? Achso, da hätten sie noch welche, okay! Wow, wow, laut! Da kann ich ja von hier schon! Sie müssen doch jetzt eigentlich hier stehen, oder nicht? Ja, da sind sie doch schon! Mich jetzt hier einmal... Ich glaub', so funktioniert das Spiel nicht! Okay, der war so... Wir rollen da mal ein bisschen hin! Guck mal, die zieht sich auch schon! Vielleicht könnt' ich doch hier direkt... So! So, von Weitem drauf schießen... Und die von hier schon mal kap... Und mal denn! Geschütze erledigt! Gib Gas, Edmunds! So, wo war's? Mach das hier, das Ding! Ne, 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 ne... Erledigt! Weiter! Doch! Das macht zwei! Ranbleiben, Jungs! Bin auf dem Weg, Dude! Bin auf dem Weg! Eigentlich dürfte ich doch jetzt schon! Da sind sie! Oh! Ja, Big Willisdorf! Really? Oh ja, fahren wir erstmal schön über... Alter, das ist das riesige... Das sind riesige Höllen! Von den Kugeln! So, was erwarte ich denn bei der verdammten Artillerie, ne? Oh, scheiße! Ey! Okay, da, Mate! Okay, du bist gleich down, ne? Ja! Brauchen wir mal ein paar Sekunden, Leute! Nicht, dass noch ein Panzer kommt! Nice! Weiter geht's! Warte mal ein bisschen! Ich wusste es doch! Oh! Der Bunker! Geh, Bun. K х so gesehen! Die Schimmelорон-K Athens, messed dos rum! N-n-n-n- Western! O, was ich wirklich chill aus? AU-N-N-N-下面-N-A-N-A-N-A-N-A-N! Bąt ihrõi, die Jungs 10 darauf dass wir vorrücken! Oh es ist vielesοςend drinne? Männenä- metals-S, Friedlechnung! B kiss dann nach. Oh, das ist ja überall. Overkill. Achso, ich wollte er jetzt voll gerade dran raufzimmern. Du, euer BÄM, Junge! Okay, da oben. Jetzt was? Kräft ich den echt nicht? Aha. Hört ihr dieses Repariergeräusch? Ich kann Reparieren drücken, aber es passiert nichts. Ich hör's aber. Achso, ihr habt volle Leben. Stimmt ja. Okay. Wait. Ja, du stehst wieder? Hab ich das Ding nie vor zwei Minuten weggejagt? Also in die Luft gejagt? Okay. I'm going in. Das Ding steht ja immer noch. Da, 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 da. Da hat noch ein Typ in der Granate. Da ist ein bisschen am Flugzeug rauf geflogen. Das Ding steht einfach immer noch. Oh nein, eine Panzerknacker-Granate! Shit, 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 shit! Oh, pain in the ass, oh! Gib mir mal eine Sekunde. I need healing. Oh, scheiße. Das ist doch knapp so, wo ist der Panzer hin? Ach, den schießt immer noch auf mich. Nein, ist der Panzer, okay, ich sehe ihn. Wait, warte mal. Wenn ich schon vorbei bin. Da ist der Panzer. Es geht! Das kann ein bisschen sauer, wenn wir den kaputt haben. Noch ein bisschen. Okay, ich denke mal noch zwei Schüsse. Ich glaube mal, habe ich das schon wieder eingesehen. Ach, da ist er. Oh. Die kleinen Minions hier. Wo ist der Panzer? Okay, das war so ein Geschütz. Oh. Ich weiß nicht, wie das natürlich auf die Arterrediten funktioniert. Geil. Das war krass. Ich meine, gerade sind da ein paar hundert Granaten eingeschlagen. Aber hey, wir fahren nochmal da rüber. Ist das ein Eier? Komm schon. Geht doch. So, wo ist das Ding da? Ja, glaubst du selber nicht, oder was? So, Angriff. Volles Rohr. Wieso rutschen die alle so lang? Lol, der ist gerade gespawnt. Bin bei. Wie gesagt, bin bei. Scheiß hast du. Oh, da kommt noch einer. Ähm. Okay. Der, wir müssen noch ein bisschen näher ran. Komm schon. Durch den scheiß Morass. Boah, so was nennt man auch mal Panzerabwehr hier. Schön Morassboden. Schnauze. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße, scheiße. Ich habe keinerlei Zugkraft. Treib sie zurück, Junge. Lass das in Ruhe. Sie bewegt sich nicht. Katz halt. Katz halt. Bridget. Sir. Die Zaube. Bist du verrückt? Du bringst uns alle hoch? Elwood, zieh denn hier. Die Zaube. Erdmullz. Lass die Taube frei. Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir. Los, vorrücken wir. Warte mal. Warte mal, was? Ich flieg jetzt. Ich bin jetzt die Taube? Ähm. Hochziehen. 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 Also das ist echt cool gemacht. Besonders von einem Spiel wie Battlefield habe ich das ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hab uns eigentlich damit gerechnet, dass es einfach nur ein blanker Krieg ist. Das ist echt sehr gut gemacht bis jetzt. Ich denk mal, ich mach das richtig. Also ich hoffe es, sagen wir es mal so. Da. Okay. Brieftaube. Neue Befehle. Befehle. Vom Feld, Sir. Vom Taunalis. Feuerbefehl! Drei, ein. Verteidung. connecting, blödes. Lang Uncle Tom. Hang который, hang qui. Loalls, son of experts. Speak home. ress the record. Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen.